bürgermeister diese woche heute stehe ich hier mit einem plakat und weise auf eine tolle veranstaltung hin 66 jahre alt und ein bisschen mehr schon ist der spielmann zug in lefern und der gibt ein wunderbares konzert nämlich am 29 februar in der festhalle in lefern der eintritt ist frei eine after show party gibt es hinterher auch also was will man mehr hingehen und dabei sein